Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal etwas völlig anderes, was in Sachen Apex Community entweder einen positiven, vielleicht auch negativen Einfluss haben könnte. Ich glaube aber eher positiv. Es geht seit heute ein Gerücht rum. Auch wenn das von verschiedenen Seiten schon wieder so ein Stück weit dementiert wird, aber es soll heute wohl noch eine offizielle Ansage geben, angeblich soll Amazon EA kaufen. Und das könnte einen gewaltigen Einfluss auf sämtliche Spiele von EA haben. Wir dürfen nicht vergessen, Respawn ist ja der Besitzer, sage ich mal, und der Macher von Apex Legends. EA steht ganz oben drüber. Die sind wahrscheinlich die großen Geldgeber von Apex Legends. Das heißt, die haben ein zu großes Mitspracherecht in Sachen Apex Legends. Bedeutet, wenn Amazon jetzt tatsächlich EA kauft, gehe ich davon aus, dass Amazon ein verdammt großes Mitspracherecht haben wird in der Gestaltung der Spiele. Das heißt, dass vielleicht Mikrotransaktionen, Skins, Preise und so weiter vielleicht doch mal ein bisschen günstiger werden. Oder, was eigentlich viel interessanter wird, dass Amazon vielleicht ganz oben in der Geschäftsleitung sagt, wir schauen mal ein bisschen, was die Community so sagt über das Spiel, was müsste verbessert werden, dass unsere Stimme als kleiner Mann vielleicht gehört wird und das Spiel endlich mal so gefixt wird, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Natürlich hat Amazon auch noch mal ein paar Cent mehr auf dem Bankkonto und mehr Mittel, um vielleicht Spiele besser voranzutreiben. Ich jedenfalls würde es geil finden. Heute angeblich, falls ich das nicht schon im Video gesagt habe, soll es wohl noch mal eine Ankündigung geben, ob das tatsächlich stimmt oder nicht. Wie gesagt, das wurde von verschiedenen Seiten schon dementiert. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Könnt ihr euch vorstellen, dass das passiert? Und falls ja, könnte es einen mega geilen Einfluss auf die Spiele von EA haben, speziell für uns natürlich für Apex Legends. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Sollte es da mehr Informationen, News geben, halte ich euch diesbezüglich auf dem Laufenden. Auf jeden Fall wäre das eine richtig coole Sache, denke ich zumindest. Einen negativen Einfluss kann ich mir jetzt eher weniger vorstellen. Das war es jetzt erstmal wieder von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.